so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die tropic tropic wunderschön oder nein spiel spaß heute gibt es die magic world von tropic ich weiß nicht ob das eine neuheit für dieses jahr ist es ist auf jeden fall eine richtig schöne batterie die ich mir ausgesucht hat relativ klein ungefähr so ein peisen format ist das könnt ihr euch vorstellen wie der name schon sagt eine wirbel batterie mit aber schon 220 gramm das ist eigentlich ganz schön ordentlich für so ein kleines teil schießt wirbel und zerlegt oben mit peonies und hat oben erst würde irgendwie so war das aber genau dafür ist das video da mir gucken was es angekauft bei röder für einen schlappen preis von glaube ich noch unter zehn euro und deswegen gibt es jetzt die magic world und jetzt mal gucken ob die uns überzeugt das war schick ist magic world von tropic das war schick die mal labor weit es war schick oder glaubt nur zehn euro oder unter zehn euro kauft euch euch die Jungs. Richtig geil. Macht Laune.